Willkommen zu BEEF. BEEF, das TV-Magazin. Das hört sich schon gut an. Fleisch vom Feinsten. So, was haben wir denn heute feines auf dem Grill? Bier vom Feinsten. Sehr gut. Party vom Feinsten. Lecker, lecker. So geht genießen. Einfach keine Kompromisse machen. Es ist auch wichtig, dass nicht nur das Fett oben drauf, auf dem Muskel liegt, sondern auch Fett im Muskel liegt. Da läuft einem schon beim Zuschauen das Wasser im Mund zusammen. Das ist echt eine Entdeckung für mich. Es ist extrem feines Fleisch. BEEF, das TV-Magazin. Am 16. August. Bei RTL Nitro.